Moin, hallo, ein dreifaches Hupen. Wo sitzt die denn nun wieder drauf? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inas Norden. Wo bin ich denn? Ich bin in Flensburg. Und dass Flensburg ganz, ganz viele schöne Sachen zum Gucken und zum Hören hat, nicht nur aufgeplatzte Fußgängerzonen, komische Sexpuppen, Punkte, Handewitt und was es noch alles gibt, das sehen wir jetzt. Also zuallererst liegt Flensburg an der Ostsee, genauer gesagt an der Ausbuchtung der Ostsee. Das Schiff hat geputzt. Und deshalb fährt hier jeder Bötchen. Dazu gehört eine Buddelrum. Teufelszeug. Aber natürlich gibt es in Flensburg auch Autofahrer. Bekloppte Weltmeister und solche, die es werden wollen. und Menschen, die sich hier viel besser auskennen als ich. Ich weiß eigentlich gar nichts von Flensburg so richtig. Aber Frau Dingenskirchen, der Name, ich gleich erfahren werde, der ist nämlich total kompliziert, die zeigt mir jetzt mal Flensburg. Wie ist er denn nochmal, ihr komplizierter Name? Mein Name ist Gisela Mikolai, aber Sie dürfen gerne Frau Miku zu mir sagen. Wir könnten auch einfach Gisela sagen. Weil Gisela finde ich ganz toll. Ist viel einfacher. Dann sagst du ihn und ich sag Gisela. Danke. Was wollen wir uns denn angucken? Ich wollte mit ihm in die Rote Straße gehen. Früher kam der gesamte Verkehr von Süden her durch diese Straße nach Flensburg rein. So, und hier mal eine wirklich gute Nachricht. Flensburg wurde im Zweiten Weltkrieg so gut wie nicht beschädigt. Deshalb gibt es hier noch so eine richtig kuschelige Altstadt. So, in etwa sind die Höfe hier alle, die sind uralt, immer nach Bedarf des Eigners um- und angebaut. Sie sehen, man hatte keinen Platz, um zur Seite zu bauen, also immer nach oben. Da ist der nächste Hof. Da ist der nächste Hof. Schön, schön, alt man ja gar nicht. Man soll's ja nicht glauben, aber in der Rote Straße führt wirklich jede zweite Toreinfahrt in irgendeinen Hinterhof. Natürlich alles jetzt so totschick restauriert. Aber ich muss sagen, hier könnte ich's aushalten. Und Gisela, glaube ich, auch. Also ist diese Straße auch von den Touristen sehr beliebt. Aber wir mussten es erst mal bekannt machen. Hier, komm. Hier wird dann nachmittags Bier getrunken oder Wein. Und abends sitzt man... Kommen Sie, Gisela. Und hier hat man dann auch schon, ist man angefangen, Hinterhäuser zu bauen. Erst war das verboten, innerhalb der, also außerhalb der Stadtmauern zu bauen. Und da hat man alles in der Innenstadt gemacht. Und dann hat man erst oben gebaut. Sehen Sie mal, dieses schöne Haus, hier ist Gott sei Dank stehen geblieben. Das ist das älteste bürgerliche Haus, das wir haben. Das ist 1490 gebaut worden. Da oben steht allerdings 1436, aber da hat der Eigentümer sich geirrt. Dann gehen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter. Man könnte glatt meinen, das wäre Süditalien. Dabei ist Flensburg die drittnördlichste Stadt Deutschlands. Gleich nach Westerland und Glücksburg. Kein Wunder, dass manche Menschen hier für immer hängen bleiben. Bist du eigentlich jemals weggezogen? Nee, eigentlich nicht. Ich bin aus Flensburg nur als Kind rausgekommen. Neben dem berühmten Nordertor, das schon über 400 Jahre alt ist, lief in Flensburg 1908 ein weiteres Wahrzeichen vom Stapel. Die Alexandra. Das ist sie nicht, aber das. So Kinders, als Frau in meinem Alter freut man sich ja immer, weil auch Frauen zu treffen, die nicht nur älter sind als ich, sondern die auch noch älter aussehen als sie sind. Alexandra zum Beispiel, 100 Jahre geworden gerade, nennt sich Salondampfer. Und da steige ich jetzt mal rauf und da fahre ich jetzt mal mit. Kann ich rauf? Ja, kann ich rauf. Guten Tag. Alles rauf. Immer rauf. Moin. Moin, herzlich willkommen. Horst. Ja. Und bist du dann der Kapitän Wolfgang? Ja. Darf ich Wolfgang sagen? Darfst du. Das Schiff hat gepumst. Habt ihr das gehört? Von der Wasserseite hat man einen noch tolleren Blick auf Flensburg und Umgebung. Jetzt muss man pimmeln, ne? Ja, für den Zoll. Oh ja. Die mal wach machen. Da kommt das. Das ist die grünen Männchen. Da kommen sie. Den Großen hätte ich gerne als Wecker. Darf ich einmal den Großen? Ja, natürlich. Darfst du das? Das wäre mein Wecker morgens. Da sitzt du aber senkrecht, ne? Oder? Ja. Das ist ja süß. Könnt ihr Melodien da mitnehmen? Dürft ihr das auch? Also, fangen wir jetzt mal an. Und für alle Mädels an Bord, den Wolfgang solltet ihr euch mal angucken. Der ist nämlich ganz plitsch. Also, falls ihr noch einen sucht. Der schönste Rheumatiker in Flensburg. Der zweitschönste. Der zweitschönste. Wir haben noch einen, der schöner ist eh. Wer ist denn noch schöner? Dr. Kluchen, Gynäkologe. Der ist halt genau die Bechterew, so wie ich. Und der ist noch schöner. Oder kannst du nicht sagen, morgen, ne? Ne, der hat so viel bückt in seinem Leben. Also, ich bin nicht krumm vom Arbeiten, ne? Ne. Also, Wolfgang, ich kenne diesen Arzt da ja nicht, aber für mich bist du die Nummer eins. Obwohl, da ist ja auch noch Horstie und den finde ich irgendwie auch ganz mählich. Sieht aus wie der Weihnachtsmann im Matrosenanzug. Horstie, komm doch mal in, bitte kurz. Ich finde schon, dass ihr zwei... Nicht so, sollst du dich einmal da hinstellen? Das könnte schon eine Familie sein, ne? Hier so ein bisschen, hier, Horstie. Ich will aber Jens nicht anstrengen. Und der Jens? Warum nicht? Ist der anstrengend? Ja. Warum bist du anstrengend, Jens? Ich bin doch nicht anstrengend. Ist nicht anstrengend. Von Horstie würde ich jetzt gerne mal ein bisschen mehr wissen. Was hast du gearbeitet? Oder was arbeitest du? Ich bin hier an Deck. Ich bin der Bootsmann. Aber das heißt, im normalen Leben musst du ja was anderes machen. Im normalen Leben habe ich das Glück. Ich bin schon im Ruhestand. Toll. Ja. Und Single. Und Single, ja. So, jetzt machen wir die Kaffee. So, jetzt machen wir die Kaffee. Wir sind beide Singles, Horstie. Ist ja toll. Habe ich ja noch Chance. Ich denke nochmal drüber nach, ob 20 vielleicht 10 zu alt ist. Das heißt 10. Hast du Geld? Ja. Ich glaube, die sind hier alle so gut drauf, weil sie verknallt sind. Also in Alexandra. Die sollte nämlich mit 75 aufs Altenteil gehen. Aber ein Förderverein hat sie erlöst. Und jetzt arbeiten hier nur Freiwillige. Also Fans sozusagen. Das ist der Maschinentelegraph. Bei den inneren Zeigern gibt mir der Kapitän an, was er gerne fahren möchte. Huch, ich dachte, ob er voll ist, oder nicht? Nein. Komm, wir gehen mal auf halbe. Wir gehen auf halbe. Wir können ihm mal mitteilen, ob er mal kurz auf halbe runter möchte. Wie machst du das? Wir haben hier ja noch ein Telefon. Oh, Sprachrohr. Ja. Habe ich gehört? Ja. Das Fernsehen möchte mal auf halbe runter, um zu sehen, wie es funktioniert. Ina. Okay. Gott. Was sagt er? Okay. Ich bin mir wirklich verfallen. Oh, der sagt er. Stopp. Ich kann dir nicht helfen. Ich sage mal dem Kapitän, es ist sehr angenehm. Darf ich das? Ja. Die Gegner. Ich muss denn. Einfach blasen. Ich glaube. Ja, so. So? Ja. Wir hatten da alles schon reingeblasen, die letzten. Nee, das ist noch eine Bucke. Oh, bist du da dran, Wolfgang? Jawohl, meine Lieber Ina. Ist bei dir alles im Lodogenboot? Jo, jo. Alles im Butter auf dem Kutter? Jo, jo. Das ist gut, ich melde mich wieder, ne? Jo, jo. Tschüss. Jo, tschüss, tschüss. Toll. Super Stimmung sogar im heißen Maschinenraum, aber so ein paar echte Nördlichter gibt es hier auch auf der Alexander. Wie heißt du denn? Frank. Frank? Ja. Und du, was machst du hier an Bord? Einen guten Eindruck. Und wie heißt du? Marais. Seid ihr früher alle befreundet gewesen? Nee, nee, nee. Heute aber? Ja. Ihr seid so richtig Plensburger Urgesteine, ne? Ja, so ne, war. Ja? Ja. Sind die manchmal hier an Bord? Ja, sehr. Ich wohne Hamburger Fairmaster, sein Domajone. Domajone und alle. Domajone. Dem was denn so schee, was die Chipper sind weh. Domajone, oh, 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 oh. Bloh, boys, bloh, vor California. Oh, den Knack. Es blendt hier auf Don. Und die Welt, oh, oh, oh. Und die Welt, oh, Sacramento. Leute, 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 ihr glaubt gar nicht, wo ich gerade herkomme. Ich komme gerade aus Dänemark. Ich mache gerade die totale Grenzerfahrung. Und weil in diesem Moment bin ich schon wieder in Deutschland. Und zack, Dänemark. Deutschland und Dänemark. Deutschland und Dänemark. Deutschland und Dänemark. Das ist die kleinste Brücke überhaupt, die Deutschland und Dänemark miteinander verbindet. Voll die Grenzerfahrung. Alter Schwede. Und wie ich finde, der ideale Ort, um Snaps zu smuggeln. Wetten, dass da die Johansens auch schon drauf gekommen sind. Die brennen schon seit über 100 Jahren rum und sind bestimmt mit allen Wassern gewaschen. Und das noch hell ist. Seid ihr die Johansens oder ist einer von euch Johansen? Johansen. Also Johansen ist der Nachname. Ja, genau. Und wer bist du? Ich bin der Martin, hallo. Martin Johansen. Guten Tag. Hallo. Und ihr macht den Rum, ne? Wir machen den Rum, ja, genau. Ordentlich Rum. Ich bin Uwe Müller, der Mitarbeiter. Uwe Müller. Das mag ich immer, wenn einer auch Müller heißt. Uwe, Martin. Martin, ich bin Ina und ihr macht Rum. Ja. Seid ihr zwar alleine hier? Ne, wir sind dann für sich ein Familienbetrieb. Wir haben... Habt ihr aber eine kleine Familie? Ja, Vater ist noch dabei. Was macht der? Wo ist der gerade? Liegt der schon brach? Auf dem Sofa und dann schon getestet? Der ist unterwegs mit dem Auto und dann ausliefern. Ach, der liefert aus? Ja, der liefert aus. Dann habt ihr ja den großen Vorteil, aber nur unter uns, Jungs. Ihr seid ja total nah an Dänemark dran und die dürfen ja nicht. Das heißt, Rum reinzusmuggeln nach Dänemark wäre ja eine super Idee. Viel Alkohol, wenig Rum. Richtig. Darüber reden wir gleich. Die Kamera aus ist. Ich brauche auch noch mein zweites und drittes Standbein. Da müsste man noch ein paar Infos kriegen. Woraus besteht eigentlich Rum? Ja, das sind im Prinzip die Abfälle von Zuckerrohr. Durch Zuckervergärung entsteht Alkohol und das ist nichts anderes, als wenn man einen Haufen Äppel in Wasser schmeißt. Die fangen auch irgendwann an zu gären. Das haben wir ja bei Michel von Lönneberger schon gesehen, was passiert, wenn Kirschen gären. Ja. Und die Schweine das dann fressen. Ist ja denn so ein bisschen so, dass man sagen kann, ihr habt ja eine Firma und da kommen immer so tausend Liter Rum an und die füllt ihr ab. Und ihr nennt den dann Johannsen. Nein, nein, so ist es nicht ganz. Wir kaufen verschiedene Produkte ein, also verschiedene Rumsorten und mischen die. Panschen nennt man das beim Wein. Ja, oder Blenden, wenn man so will. Blenden passt auch gut. Blenden passt auch gut. Und dadurch sind wir halt, oder müssen, den Rum auch immer wieder probieren, um die gleichen Qualitäten herzustellen wie vorher auch. So was aber auch, ne? Wir können ja nachher nochmal einen Switcher nennen. Uh, Mappung. So, und da hatte man bis eben dieses Bild vor Augen gehabt. Gegerbte Seemannshände rollen nach einer monatelangen Reise durch die Karibik. Schwere alte Holzfässer voller Rum in Flensburg von Bord lagern sie in den Gewölbekellern der Johannsens, damit er dort schön reifen kann. Und jetzt das. Und jetzt das. Einfach gemixt wird hier das Zeug. Oh, was ist denn Vanille Rum? Chlorn. Das ist ja so richtig. Oh, das ist ein bisschen wie eine Apotheke hier, da fühl ich mich ja wieder wohl. Messzylinder. Ja gut. Da ist Wasser drin, ne? Genau. Hier haben wir Wasser, dann haben wir hier einen zwölfjährigen Jamaika-Rum, der nur extra für Deutschland hergestellt wird. Das ist da drin? Das ist da drin, genau. So, der riecht jetzt mal da was. Ja, der riecht und der schmeckt so intensiv, den muss man mit Alkohol verdünnen. Wasser? Wasser erstmal. Machst du das jetzt aus dem, aus dem Handgelenk, oder? Nee. Nee, aus dem Handgelenk nicht ganz, aber ungefähr. Also den Rum mischen wir hinterher bei. Das ist jetzt der reine Alkohol mit 96 Prozent, den brauche ich. Wir packen jetzt hier noch ein bisschen Wasser rein. Du guckst aber schon auf die Milliliter, ne? Ja, ich guck auch schon ein bisschen auf. So, und im Prinzip ist das jetzt ein Alkohol-Wasser-Gemisch. Wow. Und jetzt packen wir noch unseren Rum da rein. Yippie. Und jetzt haben wir weißen Rum. Jetzt haben wir im Prinzip weißen Rum. Und könnten wir den jetzt schon so trinken? Im Prinzip könntest du den so trinken jetzt, ne? Wow. Und dadurch, dass früher alle Rums unterschiedlich waren. Rums, sagt man? Rums, ja. Es nehmen wir jetzt noch von Rum Rums? Würde ich sagen, ja. Naja, manchmal Rums da ja auch, ne? Ja, okay. Und dann packte schon damals der Kaufmann nur einen kleinen Schluck Farbe dazu. Und dann hatte man einen braunen Rum. Denn wer will schon einen Grog mit weißem Rum trinken? Und den könnte man jetzt, wenn man den so lässt, will wir so trinken? Den könnte man jetzt so trinken. Wollen wir? Sollen wir einen nehmen? Ja. Darf ich? Martin? Skoll. Prost. Ich hab's ja oben gemacht. Prost, Uwe. Prost. Ach, ich doch schon. Ich habe Q3. Vielen Dank. Danke, Jungs. Geht's noch? Jo, geht, 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 geht. Puh, ist mir aber klar im Kopf. Ich sehe alles viel deutlicher jetzt und höre auch viel besser. Tschüss. Und wisst ihr, was ich glaube? Zu viel Rum ist auch nicht gut. Das macht so vergesslich. Wie heißt du denn? Britt. Britt. Ach, wie süß. Sehr dänischer Name. Ja. Britt, entschuldige bitte, aber das bin ich doch. Ja. Und wer ist das? Bjarne, unser Chefredakteur. Ach, dann war ich ja schon hier. Ja. Das ist ja toll. Haben wir uns heute noch nicht gesprochen, ne? Nein, haben wir noch nicht. Britt, mich würde jetzt so interessieren, was da steht. Küste Bjarne? Küste Bjarne heißt ein Kuss für Bjarne. Guck dir das an, das war ich. Ja. So was. Und dann steht hier Flensburg. Was heißt das? Das heißt, dass ein TV-Team zu uns, zum Flensburger Wies kam. Das waren wir. Ist man die dänische Minderheit daran gewöhnt, dass die sehr aktuell, auch mit ihrer Zeitung, dass sie da sehr aktuell sind? Ja, wir sind immer vorweg. Was schreiben Sie hier so? Können wir das vielleicht morgen auch schreiben? Ja, das machen wir nicht. Wir gucken, was die Konkurrenz macht und lernen aus deren Fehlern. Gut. Aber jetzt will ich auch mal wissen, wo ich hier eigentlich bin. Das ist ja doch wahrscheinlich. Ja, ich bin. Herr Lundberg. Lundberg? Ja, so ungefähr. Bjarne ist ja auch ein süßer Vorname. Ja. Ja, ihr habt tolle Namen da, ihr den. Ja. Und wir sind toll. Ja, ihr seid auch ganz toll. Fast alle. Weil ihr die Hot Dogs erfunden habt. Ja. Ja. Mit Rödelpülser. Mit Rödelpülser? Ja. Das ist das Schwierige in eurer Sprache. Das Rödelpül... Ja. Rödelpül... Ja, Flödelpül... Ja. Und dann haben wir jetzt quasi eine Zeitung, die Sie jeden Morgen rausgeben? Ja. Mit einer Auflage von 50.000? Nee. Nee, wir haben ungefähr 25.000 Leser, aber unsere Auflage liegt zwischen 5.000 von 7.000. Hallo. Oh, hier ist ja schon mal ein bisschen leiser. So, da kommen wir der Sache doch schon ein bisschen näher. Ich bin hier bei der Tageszeitung Flensburg-Avis und die erscheint in Dänisch und Deutsch, weil es in Flensburg so viele Dänen gibt. Die dänische Minderheit. Und alleine hier in Flensburg und Umgebung leben 50.000 Dänen? Also zwischen, also das, Sie sind ja nicht registriert. Und Sie dürfen ja laut Vertrag, Deutsch-Dänisch-Vertrag von 1955, Bonn-Kopenhagener Erklärung, dann dürfen die Minderheiten nicht von Amts wegen kontrolliert werden. So, das heißt, man weiß nicht genau, wie viele Dänisch-Gesinnte hier wohnen. Na, auf jeden Fall genügend für eine eigene Zeitung. Ist denn eigentlich Mary schon die dänische Königin oder noch die Mutter von ihm? Das ist die Mutter. Die raucht, die so cool ist. Ja, sie raucht auch. Die ist sehr cool, finde ich. Ja. Nicht, weil sie raucht, sondern weil die einfach im Ganzen so cool ist. Wie heißt die nochmal? Margrethe. Der Zweite. Margrethe, der Zweite, die Zweite. Ja. Ihr sagt der Zweite, ne? Aber das ist ja auch schön. Sie kommt ein bisschen rüber wie der Zweite. Jetzt frag ich mich ja nur noch, warum ich Bjarne eigentlich geküsst habe. Haben wir das auch gehabt? Dann haben wir schon eine Seite voll morgen. Ja. Was schreibst du so? Du schreibst wahrscheinlich, ich kannte die gar nicht, aber ich habe sie immer sehr fragend angeguckt. In der Redaktion. Wie? Ihnen aber? Du darfst ihn küssen. Ja? Ja. Britt, dann war ich ja schon hier, dann gehe ich mal wieder. Alles klar. Okay. Tschüss. Tschüss. Jungs, ihr wart auch schon hier, ihr könnt mitkommen. Tschüss. Tschüss. Na, hat sich das ja jetzt geklärt. Kurz hinter Flensburg liegt Glücksburg. Und das ist sie, die Glücksburg. Ganz in der Nähe kocht Dirk Luther und der hat zwei Sterne. Wahnsinn. Sie sehen ja aus wie vorbereitet, Herr Luther. Das bin ich auch. Guck dir das mal an, das ist ja wie in einem Fernsehkochstudio. Und das bei Ihnen aus Norden. Hallo. Morgen. Na? Ja, wir wollen ja heute ein bisschen zusammen kochen. Meinen Sie, dass wir das noch zusammen können, wo Sie schon alles so akrisisch vorbereitet haben? Ja, ein bisschen Vorbereitung gehört immer dazu zum Kochen. Ja. Ich soll das ja ein bisschen lernen, weil ich kann das ja überhaupt gar nicht. Deswegen sind wir ja zusammen hier. Nee, wir sind auch hier, weil ich habe gelesen, dass Sie zwei Sterne haben. Richtig. Das ist ja ein Knaller. Naja. Wie, naja. Das ist toll. Ich bin der erste Zwei-Sterne-Koch, mit dem ich mal irgendwie hier stehe. Darf ich die umbinden? Ja. Die liegt schon für mich da. Auch die haben Sie schon vorbereitet. Ich bin völlig platt. Wie kriegt man da zwei Sterne? Auf einmal? Nein, immer hintereinander. Erst einer kommt, dann kommt der zweite. Und, ja, man muss sehr strebsam sein. Im Ganzen gibt es drei, ne? Drei, genau. Was machen wir denn? Ja, wir machen heute einen sommerlichen Salat mit Thunfisch. Das hört sich leicht. Also wir müssen viel schnipzeln. Ja? Ich fange erst mit dem Thunfisch an. Die schneiden wir uns so ein bisschen in Stücke schon mal, die wir gleich grillen werden. Na, das nenne ich jetzt aber mal Messer, das sehe ich ja schon. Aber das sind ja riesen Oschi-Stücke. Ja, muss auch so sein, damit er in der Mitte schön roh ist. Wir grillen ihn nur an, damit er außenrum zu ist und legen ihn nachher in eine Marinade ein. Hier hast du jetzt Eiswasser. Das habe ich schon mal irgendwie gesehen. Wofür nimmt man das nochmal? Also wir haben jetzt, Bohnen blanchieren wir jetzt ein bisschen mit Bohnenkraut und Salz. Wichtig, Bohnenkraut gibt so einen schönen Geschmack für das Wasser. Und damit die Bohnen auch nachher schön grün bleibt, müssen wir sie natürlich abschrecken. Sonst wird sie so labbrig. Isst du dein Essen auch immer selber und kochst du zu Hause auch noch? Zu Hause koche ich nicht mehr so viel. Da kocht meine Frau. Echt? Ja. Weil du kochst dann nur lecker und gesund. Ja, ich kann auch nicht kochen, deswegen ist es auch umwandt. Aber das ist ja ein bisschen... Ja, herrlich, ne? So, beim Thunfisch wichtig, die Pfanne muss sehr heiß sein. Ist wohl jetzt, ne? So eine Pfanne hätte ich jetzt gar nicht zu Hause. Kann man das auch in so eine normale Pfanne geben? Kann man in einer ganz normalen Pfanne machen. Ja. Gar kein Thema. Das sieht ja schon lecker aus. Ja, den legen wir jetzt ein bisschen ein. Kommen die Leute oft und sagen, wir sind hier, weil der Herr Luther zwei Sterne hat, wir wollen mal wissen, wie der kocht. Es gibt ja so Gourmet-Touristen. Gibt's die? Ja, die gibt es. Wenn man gerade überlegt, das Wort, wie findest du das Wort? Sehr gut. Gibt's das Wort schon? Ja. Schade. Super, jetzt wollen wir schnipzeln. Jetzt wollen wir schnipzeln. Dann machen wir ein bisschen Paprika noch. Mhm. Und wir machen erst mal, wir können die jetzt durchschneiden und dann schälen wir sie. Vierteln. Schon auf den Finger geschnitten? Hab ich. Gena, das Paprika schälen. Also da würde ich ja im Traum nicht drauf kommen. Aber ich hab ja auch keine zwei Sterne. Wenn du bei Freunden kochst, wie sind die denn so drauf? Und, wie findest du das? Findest du lecker? Hätte ich noch was dran machen können? Fragen die jedes Mal, wenn die gekocht haben für dich? Nein, die wissen, dass ich unkompliziert bin. Fragst du auch manchmal, wie habt ihr das denn gemacht? Nee. Soweit geht die Freundschaft dann doch nicht. Würdest du denn gerne mal bei Kerners Köche mitkochen? Ähm, nö. Hast du schon mal ein Essen zurückgehen lassen? Ja. Wo? Sag ich nicht. Gut. Kommst du ganz kurz ohne mich klar? Ja, ganz kurz aber nur. Tom? Jo. Ich hab dich schon drei, vier Mal eben gerade um die Ecke luken sehen. Du bist der Patissier. Richtig. Und du machst aber im Moment nur kleine Brötchen backen. Ähm, ja, das werden kleine Hippen werden das. Das wird Vorbereitung für eine Arzt. Ja. Weil die direkt auf die Hips gehen? Nein, nein, das ist ein allgemeiner Begriff ist das. Hast du auch einen Keksstern oder wie was? Nein, hab ich nicht. Du könntest aber auch als Patissier machen, oder? Ich könnte einen aus Keksteig bauen und dann... Ist das hier Marzipan? Das sind Kokos-Hippen. Kokos-Hippen. Du, Herr Luther? Ja? Beim Herrn Patissier Tom ist aber auch toll. Ja, deswegen ist er ja hier. Ja. Also wenn ich mir schon Sterne erkochen müsste, dann doch lieber mit Süßkram. Wobei das hier natürlich auch total lecker aussieht. Aber so süße kleine Kokos-Hippen, oh, und dafür komme ich extra nochmal, Tom. Haube ich auf jeden Fall. Und lautet das direkt weiter ins... Hast du auch richtig Ernährungsgründe und sowas dann macht mit deiner Kokosbildung? Nein. Das sieht ganz toll aus. Ja. Und das dürfte ich jetzt ja essen, ne? Ja. Oh! Ja, macht mal aus. Wir essen jetzt. Ein toll. Tschüss. Neben Dirk Luther und seinen zwei Sternen gibt's in Glücksburg noch was. Das Rosarium. Und den dazugehörigen Rosenpapst, auch wenn er so gar nicht gerne genannt wird. Bist du live? Hallo Ina, ja. Bin ich. Na? Na? Hat's geregnet ordentlich, ne? Ja, sehr gut. Was heißt das für so halb verblühte Rosen eigentlich? Also erstmal konnten wir den Regen natürlich super gut gebrauchen. Aber wir sind jetzt eh um diese Zeit dabei, Verblütes auszuschneiden. Gut, und der Regen tut sein Übriges. Sieht gar nicht so aus, als ob man den Regen gut gebrauchen konnte. Guck mal bitte. Ja. Die sind doch hin jetzt, oder? Das ist halt immer so ein bisschen das Los ganz gefüllter Sorten. Die neigen natürlich immer so ein bisschen, wenn es viel regnet, zu verkleben. Aber man kann halt nicht alles haben. Wie viele Rosen habt ihr denn? Wir haben ungefähr 600 verschiedene Sorten. Oh, das ist aber viel. Ja, das ist schon viel. Könntest du jetzt immer, wenn ich sage, und die, und die, und die, genau sagen, wie welche Rose heißt? Ja, meistens. Weißt du übrigens, dass wir eine Rose haben, die Ina heißt? Nein. Tatsächlich. Ist es so? Wollen wir die mal suchen? Unbedingt. Und zwar als erstes. Komm, wir gehen mal Ina gucken. Wir müssen hinten zur Rosenbogenallee. Mal gucken, ob noch was blüht. Also das finde ich ja nun echt ein Knaller. Eine Rose, die Ina heißt. Leif behauptet ja, alle Sorten in seinem Garten zu kennen. Hm, ich guck mal. Warte, ich will doch immer schon mal zeigen. Leander, Blue Magenta oder Blö Magenta, Abraham Dabi, Ina in Mona. Ah, toll. Ja, jetzt kannst du ja mal was zur Farbe sagen. Ist gar nicht so einfach, ne? Aber die, guck mal, frisch. Also wir schneiden ja eigentlich nicht hier im Garten, aber guck mal, für dich mache ich das sogar. Ist das so? Toll, ne? Ina, Mona, frisch. Blühend. Hier liegt aber auch ein Duft in der Luft. Das würde sogar Rosamunde Pilcher aus ihren geflochtenen Korbsessel am rauen Cliff hauen. Die ist übrigens auch gerade hier, also als Rose. Guck mal hier, wir sind hier gerade an Rosamunde Pilcher vorbei. Eigentlich Rosamunde Pilcher. Nennen Sie sich selber Pilcher? Ja. Das Rosamunde Pilcher. Ja, so in etwa. Die haben wir mit ihr, das ist eine Sorte von uns, die haben wir gezüchtet und wir haben sie zusammen mit ihr getauft. Noch mehr Promis oder ist das die einzige Promirose? Ja, guck mal, da haben wir Heide Simonis. Oh, die ist schon ganz verblüht, die Arme. Ja. Guck mal. Anders als bei Menschen haben Rosen natürlich immer wieder neuen Flur und erstrahlen jedes Jahr aufs Neue. Oh, das wär's ja wohl. Guck mal hier, jetzt kommen wir in den Gang der Liebe, deine roten Rosen, ja? Oh, und dieser frische, lauwarme Regen auf diesen so wulstig blühenden Rosen. Meine Güte. Ich halte den Mund. Ja. Lass uns einfach den Moment genießen. So, auf der Suche nach neuen Perspektiven fiel mir an einer Flensburger Schule folgendes Geräusch auf. Und ich dachte, da muss aber mal gucken. Becherstapeln, Mann, 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 was ist denn das denn wieder für neumodischen Krams? Du bist Sascha? Ja, genau. Steht ja da. Sonst hätte ich mich nochmal rumfragen müssen, warum die Hand? Wegen Stapeln. Wegen Fingerfertigkeit, da sind Becher da dran. Ah, Knobelbecher und Hand. Und du bist Deutscher Meister und Europameister? Und Weltmeister. Und Weltreporthalter. Alles dabei. Ehrlich? Ja. Was bringt mir denn das, wenn ich Becher ganz schnell übereinander stoppe? Das ist einfach ein Spiel, ein Sport, bei dem man jeden Tag aufs Neue gegen sich selbst ankämpft, um neue Bestzeiten zu schaffen. Ich stehe die ganze Zeit immer so breitbeinig und angestrengt da. Wäre es nicht viel toller, man macht den Tisch ein bisschen höher? Das ist eine statische Schwierigkeit. Wenn du die Beine eng zusammen hast und dann dich probierst schnell zu bewegen, bist du ganz wackelig in deinem Körperaufbau. Und wenn du weit auseinander stehst, hast du einen stabilen Stand und kannst dich ganz schnell bewegen. Ist es so? Ja. Und wenn du dich jetzt mal schnell nach rechts und links bewegen möchtest, bist du ganz stabil. Und wenn du gerade stehst, dann ist das wackelig. Ja, ist wackelig. Ja, stimmt. Wer ist von euch der Schnellste? Ich bin noch. Echt? Immer noch? Hast du ein bisschen Schiss, dass da bald mal einer von den Jungen schneller ist? Na, die Mädels eher. Also Verena und Vanessa sind kurz hinter mir. Weil Verena und Vanessa ein bisschen in dich verliebt sind und dir was zeigen wollen, wie es schneller geht? Das vermute ich auch, aber an sich einfach nur, weil sie mehr Zeit haben zu trainieren. Die werden rot, oh Gott, sagt sie schon. Ja, Mädels, man sieht es euch leider an. Und ich sage euch auch warum. Und ihr müsst nur eure Frisur angucken, dann weiß ich schon, wer euer Vorbild ist. Immer mal Sascha gegen euch, ne? Ja. Und los! Ah, Verena hat gewonnen! Erster, zweiter, dritter. Ist er toll! Jetzt müsstest du aber erst wissen, wie es funktioniert, oder willst du erst mal so stapeln für dich? Das zeige ich euch erst mal. Freestyle. Ja, machst du ein bisschen Freestyle. So, man macht vier, drei, zwei. Ja, das sieht klasse aus. Also ich glaube, in der Richtung hat noch niemand gestapelt. Das ist neu. Das müssen wir unbedingt übernehmen. Stehen die anders? Ja! 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 Und Action! Wow! Und stoppen! Ja, hammermäßig! Klasse! 5,16! Das war wirklich gut! Und jetzt mach du und jetzt sag ich dir was, da steht da 1 Komma... Nee, nicht wirklich. Nein, nein. 2,82. Ja. So. Und das wäre jetzt so Weltrekord? Das wäre in meiner Altersklasse Weltrekord, ja. Wir können das auch rhythmisch machen, es gibt da richtig einen kleinen Rhythmischen. Oh ja, konnt ihr mal ein Lied spielen? Das ist toll. Komm, wir spielen hier mal das Cycle-Lied vor hier. 1, 2, los geht's! Ja, sehr rhythmisch. Jetzt steht Flensburg also nicht nur für Becher und Bechern, sondern auch für Verkehrssünderpunkte. Und ich will mal rausfinden, wer ihn trotzdem noch rauslässt. Den Tiger im Tank. Bist du Flensburger? Nein, Kieler. Kieler? Oh, was machst du denn in Flensburg, wenn du Kieler bist? Seit sieben Jahren wohnen. Ach so. Und wo ist es schöner? In Kiel oder in Flensburg? In Flensburg. Und welcher Handballverein ist besser? Kiel oder Flensburg? Kiel. Das bleibt doch, ne? Das ist in der Muttermilch. Hast du Punkte hier in Flensburg? Nein. Haben Sie Punkte hier in Flensburg? Nein, leider nicht. Leider nicht? Weil Ihr Leben wäre verrückter, hätten Sie ein paar Punkte. Ja, wahrscheinlich. Sind Sie Flensburger? Ja. Fahren Sie Auto? Ja. Haben Sie Punkte? Nein. Warum das denn nicht? Was ist denn los mit dem Flensburger? Ich weiß was, ihr habt irgendeinen heimlichen Code, ihr Flensburger, dass ihr da rankommt zum Punkte löschen. Nein, 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 nein. Hast du denn Punkte hier in Flensburg? Gott sei Dank nicht. Oh, gar keinen Punkt. Nicht eng. Ganz langweilig. Als Frau jetzt, ne? Wenn so ein Mann gar keinen Punkt hat, weil er mal wild und verrückt gefahren ist, ist doch auch langweilig. Ja, so ein richtiger Langweiler. Dann macht ihr doch mal ein paar Punkte. An, an, an. Lieber ein paar Pluspunkte bei ihr als Punkte in Flensburg. Oh. Das ist doch neppig. Die Schlimmsten kommen von unten. Ach, okay. Aus dem Süden will die Punkte kriegen. Nein, die Punkte kriegt mein Mann und meine Tochter. Ach so. Das besorgen die. Hast du Punkte? Noch nicht. Wieso nicht? Oh, man muss auch passen, ne? Weil du nicht verrückt bist. Doch, hast du recht. Weil du so sinnig und so langsam im Feuern da bist. Weltbescheid. Und man wundert sich, anscheinend hat ja gar keiner in Deutschland wirklich Punkte. Und dann so ein Riesengebäude nur für Punkte. Nur für Punkte sammeln, Punkte machen. KBA, Kraftfahrt, Bundesamt. Und zwei Punkte habe ich schon gefunden. Und ich werde mal jetzt probieren. Ich treffe nämlich jetzt den Präsidenten, Herrn Zinker. Durch viel Charme und meine weibliche Intuition, meine Punkte verschwinden zu lassen. Ein Trick. Und da oben thront er, the master of the points. Moin. Herr Zinke. Moin. Sie haben aber einen festen Händel trunken. In Deutschlands nördlichste Behörde. Können Sie das nicht ab? Mensch, toll doch. Ich mach das eigentlich auch. Aber ich mach eigentlich... Sie können das aber. Na, Herr Zinke, ich wollte immer singen. Dear Mr. President, come show me my points. Wie wird man denn Präsident? Das ist the big point. Sie haben doch schon geguckt, ob ich Punkte habe oder nicht, oder? Darf ich doch überhaupt nicht. Sie dürfen es nicht? Nein, darf ich doch gar nicht. Sie sind doch der Präsident. Ja, aber selbst der ist ja nun nicht allmächtig. Also, da halten wir schon den Datenschutz hier sehr hoch. Wir dürfen also tatsächlich nur aus dienstlichem Anlass reingucken. Und bezüglich einzelner Personen dürfen wir nicht ohne Veranlassung hereingucken. Ist das wahr? Sie dürfen. Sie dürfen jederzeit... Ach so, ich hab jetzt gedacht, Sie geben einem Ina Müller und P, Kennwort P wie Punkte und dann können Sie das alles gucken von ganz Deutschland. Nein, nein. Wozu ist man denn dann Präsident? Das ist die Frage, drängt sich mir auch. Jeden Morgen wieder aus Neujahr auf. Und dann sehen Sie aber Ihren Gehaltscheck am Monatsende und sagen, ja lohnt sich oder geht's? Auskömmlich. Normal. Wir gehen runter. Komm mit, Jungs. Moin. Hallo. Oh, so habe ich es mir vorgestellt. Ich habe heute ganz viele Männer gefragt in der Fußgängerzone, ob sie Punkte haben. Und die haben fast alle gesagt, nein. Das waren die meisten, ne? Aber es haben doch ganz viele Punkte. Ja, ja. Ich habe vier Punkte. Aha. Und habe gerade meinen Führerschein wieder. Und die vier Punkte dauern jetzt zwei Jahre. Es kommt drauf an, hatten Sie einen Entzug gehabt oder? Entzug Alkohol oder nicht? Nein, der Führerschein wurde dann mal entzogen. Aber Sie sagten, Sie haben Ihren Führerschein wieder. Ja, ich bin dreimal in zwei Wochen zu schnell gefahren. Also ich war nicht einmal richtig schnell, sondern ich war dreimal knapp drunter. Und dann haben Sie, glaube ich, hier am Computer gedacht, äh, wer ist denn das? Blinkt der dann auf? Nein. Woher wissen Sie das denn? Ne, das macht die Busgeldbehörde, die entscheidet das. Ach, das sind Sie gar nicht? Nein. Darf man hier so ein Handy liegen haben während der Arbeitszeit und ein bisschen telefonieren und so? Nein, eigentlich nicht. Schon gar nicht, wenn der von der Acht runterkommt, ne? Wenn ich da jetzt so drauf gucke, das kann ich jetzt gar nicht zählen. Ich sehe nur, du sollst eingeben, Aktenzeichen, Personendaten, hm. Das sind Privatausgehöfte, ja. Ach, die kann ich mir hier, kann ich meine mehr? Ja. Und jetzt zu den Akten? Was bin ich denn? Darf ich? Ich gucke nur so ein bisschen rein. Ein bisschen aufgeregt, hoffentlich sind es noch mehr als vier. Das ist jetzt nicht meins, oder? Doch. Und Sie zählen jetzt? Was machen Sie jetzt? Ich gucke nur noch mal. Sie sind hier erfasst mit sieben Punkten. Ah! Sieben! Oh Mama, ich wusste es sind mehr. Ich habe immer vier gedacht. Sieben? Vier waren es mal. Herr Zinke, was muss ich tun? Sieben? Das ist natürlich. Nein, sieben ist aber ja leider echt viel. Habt ihr alle Punkte? Mal einen? Ja. Und da gingst du schon, da war dir schon übel? Nein, ging. Ihr alle keinen? Nein, nein. Warum habe ich denn so viele Punkte? Ja, ich muss sie ja haben. Ist rot über Ampel gehen auch Punkt? Ja, das war ich. Als Fußgänger? Natürlich, ja. Als Fußgänger? Ja. Vielleicht kommen da die sieben Punkte her. Ja Mädels, ich bin entsetzt über meine sieben Punkte. Aber ich finde es ganz toll, dass das hier so suche und puschelig bei euch abgeht. Macht's gut! Sieben Punkte, Kinders. Eigentlich bräuchte ich jetzt erstmal einen Rum. Hatte ich aber ja schon. Vielleicht gehe ich in Zukunft doch einfach nur noch zu Fuß. Oder ich lerne fliegen. Oder ich hole mir eins der Autos von Dietrich Nissen. Mit denen kann man nämlich gar nicht so schnell fahren. Wir fahren nach Öwersee, Öwersee, wir fahren nach Öwer. In Fensburg hat man mir gesagt, ich soll unbedingt Herrn Nissen besuchen. Der hätte einen Schuppen mit ganz tollen Sachen drin. Und ich glaube, wir haben Herrn Nissen da schon vorbereitet. Kann das sein? Hallo. Ich bin ja gespannt, was da wohl drin ist. Guten Tag Herr Nissen, Ina Müller. Guten Tag Frau Müller. Geht's Ihnen gut? Mir geht's gut. Wie weit bin ich denn jetzt von Fensburg weg? Von hier bis zur Feuerwehr 12 Kilometer. Das war früher mein Arbeitgeber. Das heißt, wenn's brennt, dauert's nur einen kleinen Moment, ne? Dann ja, damals. Darf ich reinkommen? Ja, bitte sehr. Autos. Guck mal, wie bei den Voltens. Das ist ja ein Knaller. Knaller? Die stehen hier so versteckt. Was? Fahren die noch? Fahren die? Ja, natürlich fahren die noch. Die fahren auch noch. Guck mal hier, was da draufsteht. Ach komm. Eigentlich jedes Auto. Ja. Alles fährt. Ich habe ja von vielen Sachen keine Ahnung. Davon habe ich jetzt noch weniger Ahnung. Die sind von Vorkrieg, oder? Vorm ersten oder vom zweiten? Ja. Vom wo? Wann? Vorm Krieg? Der ist von 1913. Das ist eins der ersten Autos mit? Das ist mein ältester Wagen zurzeit. Aber Herr Nissen, was ist denn so ein Auto wert? Oder kann man das nicht in Euronen? Also diese Autos, die ich habe, die stehen in keiner Liste drin. Was meint man denn? 100.000, 50.000, 200.000, eine Million. Also wenn ich den schätze, der müsste ungefähr so bei 60.000 bis 70.000 Euro liegen. Mehrlich? Auch wenn das ein ganz seltenes Auto ist. Ja. So ist das. Ich hätte gedacht, er würde das Fünffache kosten. Ja, hätte ich auch gedacht. Schade, ne? Hatten Ihre Kinder wahrscheinlich auch gehofft. Ja, ja. Und Sie bauen auch alles, dass Sie hier wieder Teppich reinziehen, Vlies und das hier alles beziehen. Ich habe meine Frau genäht da oben. Ach, die hilft dann. Das verbindet ja auch, ne? Ja, ja. Bei uns im Dorf stand der noch. Ja. Auch hier noch die Reservetanks. Das ist ein Tankstellen-Ton. Den finde ich ja so toll. Den habe ich gefunden. Ist das noch die richtige John-Boy-Woltenhupe? Ja. Da hinten. Das ist ein Morris. Das war damals hohe Luxus-Klasse, dieses Fahrzeug. Das ist alles so in diesem Bauhaus-Stil gemacht worden. Ja, ich finde... Viereckig und so. Darf ich da mal rein? Ja, kannst du. Ja, wie viel Liter frisst der? Habe ich noch nicht ausprobiert. Den habe ich soweit, dass ich damit fahren kann. Und das dauert bei mir auch immer ziemlich lange, bevor ich mal mit dem Oldtimer losfahre. Weil ich immer keinen Tietheft dort habe. Ja, das Problem ist ja, wenn du hier im Breitenbad dick bist, dann passt du gar nicht mehr hin, ne? Ne, du bist doch nicht so dick. Aber kommt ja noch. Ich will ja ein Auto für die Zukunft. Ja. Klar, dass Fraunissen auch Oldtimer-Fan ist. Aber ihr bleibt ja auch gar nichts anderes übrig. Sonst kriegt sie den Mann ja gar nicht mehr zu Gesicht. Zu diesem Studebäcker habe ich normalerweise meinen Mann verführt. Ja. Nicht eben, sondern... Sie haben ihn dazu verführt? Ja. Ich war nämlich der Meinung, das war ein Ford A. Eine Ford T. Ein Ford T, aber es ist ja Ford. Ja. Und dann bis... Der hatte unheimliche Ähnlichkeit. Mein Mann dann sagte, nein, das ist ein Studebäcker. Und da hatte ich mich schon so in diesen Wagen verliebt. Und dann haben wir gesagt, den kaufen wir. Haben Sie sich auch in einem Auto kennengelernt? Nein. Das erste Mal geknutscht in einem Auto? Nein. Nein. Da haben wir doch kein Auto. Ich sag doch wie bei den Waltons. Und ich bin Mary Ellen. Ja. 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 Ich sag euch was, Flensburg ist echt ganz schön toll. Das einzig Blöde ist, das Wetter spielt manchmal verrückt. Aber in dieser Hinsicht, da sind wir Norddeutschen ja Kummer gewohnt. Und deshalb haben auch die Flensburger jede Menge Abwechslung für Regentage zu bieten. Zum Beispiel auf der Phenomenta. Hier geht's um Physik. Und da kann man aber richtig was erleben. Ich sag mal, bringt starke Nerven mit. Jetzt machen wir mal Raucher, ne? Ah! Ich sag nur eins, da geht noch was. Ich persönlich freue mich aufs Älterwerden. Huiiiiiii. So Jonas, das war's. Flensburg. Inas Norden aus Flensburg. Wenn ihr mich fragt, wie ich Flensburg finde, ich sag geil. Zum Durchdrehen quasi. Wo ich hier wohnen wollte, würde ich mir einen Möbelwagen bestellen. Ja, aber ich würde den Möbelwagen natürlich benutzen zum Smuggeln. Ich würde schlacksmuggeln nach Dänemark. So Jungs. Das war's. Oh. Tschüss. Holt schon fruchtig. Ah. Ah. Jungs, ihr müsst ohne mich weiterleiten. Tschüss. Oh. Nicht, nicht alles rum. Nein. Das ist gar nicht der echte Horst. Das ist der echte Horst. Ah. Mich kannst du nicht fokken, du. Ja, wir arbeiten bei allen Tricks hier. Ja. 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 Ja.